Joos Freunde, was geht ab jetzt? Ich komme zu diesem Minecraft Speedrun. Heute haben wir noch einen kleinen Gast mit dabei, der gerade schon angekriegt hat. Servus. Servus. Ähm, mach nur den Minecraft Speedrun. Ähm, ja, ich würd sagen, du fangst mal Holz, ich geh da hinten das Portal absuchen und guck, was wir da so krasses kriegen. Und genau in diesem Moment, wo ich den Speedrun aufnehme, fährt mein Computer hoch. Schönes Geräusch. Das ist dezent mies. Alter, hier ist ein Schiffswrack plus so ein kack Portal. Richtig geil. Ja. Okay, okay, ich hab schon mal zwei Feuerbälle gekriegt, können wir gut bauen, sind die. Dornfeder, ne Uhr. Äh, Joos, kenne ich was? Ja, aber die Schatzkarte ist... Alter, ich komm mir nicht mal raus! Der ertrunkener hat mich grad abgehalten, aus dem Schlitz da rauszukommen. Nein, es wird weniger Zeit lies mit draufgestellt, dass der MacBooks weg war. Und so, genau dass derοckt ist. Du dass ich schon mal weiß. Ich such mir, dass ich diese Då pur schatt sage, dass die đây stattgefunden war. Du, wir haben grad ne Checkpoint Map bist du so gefahren. Checkpot Map Ja, wir haben eine Checkpot Map Guck mal bitte in die Richtung da hinten und guck ganz genau in die Richtung Ah, ein bisschen so Genau Okay, das ist gut Das sollte reichen Dann brauchen wir Wir brauchen Ender Augen später Dafür müssen wir uns nether und dann ein Dings finden Ah, fuck, warte mal Kannst du diese Taktik also das schnelle Portal bauen, kennst du das? Also, kannst du das oder weißt du, du weißt wie es funktioniert aber ich weiß nicht, kann es glaube ich nicht Na, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es noch kann Ey, unten ist Iron, das holen wir nachher noch kurz Zuerst holen wir mal kurz das Dorf durch Karotten, nice, Essen haben wir schon mal ausgesorgt Ja, hier hinten hat es noch so eine Kirchenturm, glaube ich Ja, hier hinten hat es noch so eine ist es Marktplatz, okay Also normal nützt zu was Ne, ne, dieser dieser Turm da Der komische da Oh geil Geil, 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 wir haben hier Weizen Heuballen Perfekt, die sind immer heiß Ich hab mein Einkauf ganz bisschen kaputt, hier hab ich noch diese komische ekeligen Abbausounds, ne Die sind weg Wir werden mein Schmelzsuffen Ein Schmelzsuffen? Ja, ja, nein Auszusetzen Ego, das ist perfekt, ein Schmelzsuffen, der ist gut Das brauchen wir Mit Schmelzsuffen können wir ja schneller Materialien schmelzen Ich, ich, ich schlag aber Entschuldigung, die Tür hier zusammen Jo, ich bau mal hier kurz noch Stein ab Können wir den Stein auch schon benutzen, um eine Steinpicke zu bauen Äh, ich esse kurz Brot Brauch Brot Ich esse Brot Ok, ja, ich geh jetzt mal kurz in diese Anamine, die ich da gesehen hab, ok Also wo ich das Iron gesehen habe Dann grippe ich mir da ein bisschen Iron und dann Geht's auch schon weiter Man hört wahrscheinlich im Video wieder dezent meine Tastatur, ey Untergrund Das hört man auch sonst zu, wenn ich zocke oder so hört man immer Wenn die Tastatur ist richtig an Ich hab durchtrain, ey Was zu uns anbelangt Ich hab noch Heubarn mitgenommen, ne Ich hab noch Heubarn mitgenommen, ne Ich hab noch Heubarn mitgenommen, ne Äh, wo war hier noch Iron Äh, wo war hier noch Iron Ey, hier war doch noch Iron, als ich hier drüber gesprungen bin Alter, was ein Betrug Als ich drüber gesprungen bin, sei ich hier am Boden Iron Ich hab mich drüber Nee, alter, what the fuck Na, ich brauch mal, ich brauch mal ein bisschen Kohle, ne Alter Äh, wo hab ich einen Schmelzofen, hab ich hier Und jetzt mal das erste Stück Eisen schmelzen Ah, warte kurz, ich mach kurz Ähm, ALTER Ah fuck, ist der Schmelzofen, stimmt Es reicht Ja, es reicht durch, mein Computer Zwergt kein Kumpel am Rad Äh Okay, hier ist einfach ein Villager hier unten Okay Cool Cool, ich will an der Stelle sagen Was soll ich noch mal rum machen Weil David ist Äh, Jo, kann ich noch mal kurz Was soll ich jetzt Brat am Torz? Äh Vorübergehend erstmal Nein Ich hab Kohle gefunden Ich hab Kohle gefunden Ah, ich hab Kohle gefunden ich habe weiße die kuschel und ich brauche einen hier unten noch schutzgarten ist das kriegt die einen zum stück und müssen kohlen mitnehmen Irgendwo runtergesprungen, wo ich jetzt keine Ahnung habe, ob ich hier hochkomme. Ah doch, Wasser. Nö. Das ist der Fahrstuhl 2.0. Das war's, wenn du mal gucken willst. Platzierst du jetzt so aus Giesfeld? Also bitte jetzt Kohle in diesen Rundungen. Oh이고. There its got to the headset pretty good. Is that到? Yeah. Oh no nein. The Exo Eisen. fliegt komm dann durchdrehen ja das tue ich ja bitte schön schon was ging in den ender bringen hehehe yeah boy das ist auch grad machen da ja ja lass mich aufs egal machs trotzdem vielen dank bitte danke auf Wiedersehen ähm mach mal kurz hier noch ne dis equip ok wir haben eigentlich äh ja ich geh mal bisschen Holz rüber ja er gibt einfach alles ok dankeschön dafür äh kurz bisschen kurz Inventar sortieren ne i don't know wird die schön sortiert mit Inventar ne verdammter Schiss hier raus da ne ok gut gut ne ähm geh mal weiter komm wir müssen weiter alter komm mal runter komm wir machen das erst später weiter komm mit komm mit wir müssen weiter ja du bist ein alter ja es fährt ich gut warte mal, dann kann ich hier brauchen für Colt Äpfel was, hier, wo, wo? ne, wir haben ja genug Colts äh, lass mir diese Richtung hier rennen wir brauchen einen Lavasee alter, mein Computer hebt gleich auch wieder ab, ne? ne, wir können auch in Erhöhung machen, das stimmt geht ja, wenn man richtig klar, was sie haben dann klappt es schon weil Wasser habe ich in einem ja, es ist das sind Zombies, das sind Zombies, welche möchte ich zunahe treten, ne? zwei Zombies, plus Baby-Zombies, oha, plus Baby-Zombies, ne? immer fresh mit der Crew, Digger wir sind fresher denn New, Digger ok, lass mich mal rüberschwimmen oh, Korallenriff, ja, lass ein paar Fische töten und paar kleine Baby-Delfine erwürgen das sind schon meine Gedanken, ey, zu geil, ne? ok, guck mal wir sagen, wir gehen in die, in der, bei der nächstgelegenen, äh, Hülle, gehen wir runter und suchen uns einen Lavasee mh, da ist auch schon eine ne, aber, äh, glaub ich, eine Hülle, ist ein Zombie reingefallen kann man hier das, äh, I don't know mitnehmen, kurz perfekt ja, ich scho ja, ich sehe genug hier unten haben wir noch Iron das ist auch, das ist auch Iron hier nicht Achtung, Klipper Boah, ich wüsste feiern, ne? H1 ja, da wüsste mal leben ja, hab ich sie, Achtung, Digger, du bist grad beliebt, sehr gefährlich in meiner Nähe grad das ist schon mal aufgefallen ja, ach nee, das ist auch eine Sackgasse, Digger naja oh fuck, Skeleton, Skeleton wir brauchen, wir brauchen ein Schild das ist die letzte ich hab Hunger ich hab zugebracht, weil ich Hunger hatte und Essen brauchte ein Schild, ja, kann man ja auch noch machen Schild, das wird, das ist dann ein Spiel, aber flammt, wie viel cooler haben wir noch? zwei Stücken, ne? hast du auch noch cooler bei dir mit, oder nicht? gole drei Stücke gole drei Stücke, okay wir sind das nicht wir sind das nicht wir sind das nicht oh fuck und Skelett okay, Skelett ist gut für Pfeile und Bogen äh, Spinnen auch immer umbringen, ne? Spinnen und Skelette Hauptziele größtes Ziel Enderman aber man guckt, ich bist gut, ne? ich regeneriere nicht mehr im Moment äh, du kein Plan, Alter nicht die schon Bogen? ne, wird das eine Spinne, ich kill die jetzt kann ich mit dem Bogen kraften kill die Spinne kill die Spinne Nö, Schallononono wo? bei mir so ne, es hinter dir jetzt da unten, ja jetzt da unten noch guck mal, ich mach's das ganz mieses, ne? kill man da bitte das Skelett ich mach das jetzt ganz easy hier wo ich mich so rein, ne? so ein bisschen ein bisschen fresher reinbauen, ja? so, da das wird reichen ja, wo ist der Enderman hin, Digga? ich erfolgt ein Creeper, ne? sagst du ein bisschen Hilfe, ist mir ruh? oh, blöd das höher als hier Arschloch kackfappnase, ey denk hier wer uber babbo okay, der Enderman ist weg, ähm I don't know why I don't know how but er actually so weit Typo! wie Spinne! ey, Komorek, ich weiß nicht auf dich fixiert, Allah okay, komm, batz batz okay, hier hab ich hier unten, bin ich safe ja lass einfach wo ist der Dreckschale jetzt hin? ab in ab in ab in hat er gedroppt? nice ok, komm mit ähhhhh ja, guck mal, alter Lava-See, ne? so eine Sache mhm lass mal da vorne hoch also wir brauchen jetzt erstmal eine Höhle wo wir reingehen können um die ähm das Portal zu bauen den ist doch ein Enderman ja, ich weiß der gehört jetzt mir, der gehört mir wie du Tristan, aber ich schwör bei irgendwas, ich töte dich huch, okay, hat ein bisschen viel Schaden, was ich diesmal gemacht ich regeneriere auch quasi gar nicht mehr, ne? das ist krank ne, hat leider keine gedroppt warte mal, ich hab' ein bisschen Scheiß hier loswerden das ist irgendwie schon wieder einer ja, ist mir scheißegal, ist ja nur mit zwei Stück, dass noch einer rumlaufen du bist, scherl! creeper! dick, pass auf, ne, Endermans verteilen nur richtig miesen Schaden nicht mehr oh, du wurdest umgebracht was, 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 was hast du denn? das war, was hast du denn? oh, cool, der Schwinde an der Pearl dropped eh, das ist dein Loot? das sind mir dein, mein, 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 dein Fortschatz äh, ja, 600 um minus 7,7, äh, minus 7,7,7,7,7,7,7 ja also zuerst 600 und dann 747 also sich verarschen ok speedrun können wir jetzt schon mal dezent vergessen das reicht nicht mehr von der Zeit her oh das ist aber schon einen geilen Loot ne gönne ich mir mal soll ich mal sonst zwangs weitermachen ok dann gehst einfach hin holst du dein Loot ne das wichtigste hab ich jetzt mal mitgenommen für das so ich geh jetzt mal hier weiter was haben wir da vorne 747 ist dahinten da hinten ist ein Dorf geil das ein Dorf aber so wie es aussieht ist es verlassen und da leuchten keine Lichter mehr um schmieren Enderman Alter hier laufen so viele Dreckstinger rum erst kurz vor mir das ist ein noch eins hier sieht nur so aus ich wollte den Enderman hier umlegen er hat sich einfach weggefordert dieser Drecksack oh hier geht es runter hier könnte der Ort des Portals entstehen jawoll ja hier geht es richtig tief runter wo uhr unter erde schlucht jas lava don't miss lava jawoll ok 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 exo das nur eine chance doch keine ahnung das teil funktioniert dass man nie dein scheiß leben gebaut aber du weißt einigermaßen wie es funktioniert nein ich auch nicht aber ich sag's nur so klingt halt besser wenn ich so sage wasser und ich hab die aus ich baue glaube ich lieber das zeug ab die jahr er hat sich vier stücken breitchen dings wenn die abwegenden burschen zu ziehen ab weil ich kann zwar will talk an alle von euch ich kann das echt nicht ich hab's noch nie gemacht ich hätte so was nicht können weil ich also ich hab's mal probiert aber ich kann doch jetzt gerne noch mal probieren jetzt den ist noch gold das ist gut dass ich Gold hab ich kann ich Goldäpfel an Goldapfel machen ein Apfel hab ich also ein Apfel hab ich ja ich kann's mal gerne probieren das mit dem Portal ich weiß nicht ob das klappt also warte mal dann so macht man hat mir die ersten zwei Blöcke das ist er wird die Kunden selber nicht so lange die ersten drei Blöcke die man braucht für unten nach die Schreise das ist so groß es ist abdings zu 633 Minus 977 okay und das ist es er ist hier ein paar Mal ja und ich hab mir zu dir viel gekraftet um das zu ziehen abzubauen die gemein stuhl quietscht auch wie keine ahnung was die knacktür von einem horrorfilm so ich will jetzt aber an dieser stelle mal sagen das war's mit dem ersten video ich werde mehrere parts kommen als natürlich unsere art speedrun das wird natürlich nicht so ein weltrekord sein oder so sagen wir uns für uns speedrun und ich will dieser stelle sagen das ist mein im ersten video der kommt jetzt schon hoch und der zweite wird wahrscheinlich auch noch hochkommen bis da würde ich sagen hoch rein und ja wir sehen uns beim nächsten mal tschaui